Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS-Family-Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Täglich lese ich Fragen wie die folgenden. Ich bin komplett neu im Thema ADHS. Was kann ich lesen, damit ich mich mal ein wenig informiere? Oder ich hätte so gern seriöse Informationen zu ADHS, die ich auch am Handy oder am PC nachlesen kann. Aber vielleicht gibt es ja im Internet nur Datenschrott in Form von gefährlichem Halbwissen. Wenn ihr in sozialen Foren ein wenig stöbert, findet ihr hunderte dieser und ähnlicher Fragen. Und auch ich werde immer wieder gefragt, welche Bücher ich empfehlen kann bzw. wie ernst man die Informationen aus dem Internet nehmen kann. Also habe ich mich kurzerhand entschlossen, zu den besten bzw. gängigsten Büchern, Beiträgen und seriösen Internetseiten einen Podcast zu machen. Und ich werde euch auch meine absoluten Favoriten verraten. Hallo, ich bin Anna, vor 15 Jahren noch verzweifelte Mama eines Kindes mit ADHS. Aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 19-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Gleich mal vorweg, es würde euch nicht wundern, wenn ich euch sage, dass ihr euch die ganzen Empfehlungen des heutigen Podcasts nicht mitnotieren müsst, denn auch heute gibt es wieder einen Leitfaden, den ihr euch begleitend zu dieser Episode herunterladen könnt. Die Adresse dazu ist www.adhshilfe.net-literatur Also nochmals www.adhshilfe.net-literatur Ich packe euch den Link wie immer in die Shownotes unterhalb des Podcasts. Im Übrigen enthält das PDF um einige Bücher mehr, als wir heute in dieser Episode besprechen werden, denn im heutigen Podcast möchte ich euch nur meine absoluten Favoriten mitgeben. Das PDF bietet euch aber auch noch eine Auswahl an weiteren guten Büchern. Und Hinweis Nummer zwei. Ich habe euch, wie gesagt, Informationsquellen zum Thema ADHS und ADS zusammengetragen. Aber ich werde euch heute auch zwei Bücher nennen, die einfach nur hilfreich im Erziehungs- oder Schulalltag sind, ganz unabhängig von ADHS und ADS. Denn, wie vor kurzem schon mal gesagt, es ist ja nicht so, dass Familien ohne ADHS die Probleme in Topf A haben und die von ADHS-Betroffenen die Probleme in Topf B. Leider müssen wir uns als betroffene Familien ja mit den Problemen von Topf A und B rumschlagen. Deshalb habe ich eben auch zu den herkömmlichen Erziehungs- und Schulproblemen Informationsmaterial inkludiert. Und zwar sind das zwei Bücher, die einfach so gut sind, dass ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Gut, dann legen wir los. Ich habe die Bücher nach Themen bzw. Bereichen geordnet und der erste Bereich, den wir uns ansehen, sind Bücher, die sozusagen allgemeine Informationen zum Thema ADHS bzw. ADS enthalten. Da haben wir zuerst mal meinen Favoriten unter den allgemein gehaltenen Sachbüchern. Und zwar ist es von Cordula Neuhaus ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Das Buch gibt einfach einen super Überblick über das Wichtigste zum Thema ADHS, deckt alle Altersgruppen ab, ist für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet und liest sich überaus flüssig. Wenn ihr euch das Buch besorgt, dann bitte unbedingt in der fünften überarbeiteten Auflage, denn die hat gleich um 30 Seiten mehr und ist top aktuell. Meine zweite Empfehlung ist von Helga Simchen, das Buch Die vielen Gesichter des ADS. Das Buch ist super strukturiert, es ist lebendig geschrieben, es ist in Bezug auf Medikation neutral, also ich bin der Ansicht, dass die Autorin eine sehr vernünftige Einstellung zu Medikamenten hat. Es bringt Beispiele und es ist vom Anspruch her trotz hoher Fachlichkeit durch die gute Struktur und die lebendige Sprache sehr angenehm zu konsumieren. Außerdem gibt es einen guten Überblick über die Grundlagen der ADHS beziehungsweise der ADS und trotzdem können sich Fortgeschrittene auch noch viel draus mitnehmen. Mit diesen beiden genannten Büchern habt ihr euch dann schon eine gute Grundlage zum Thema angeeignet und sobald man eine gute Grundlage hat, was man natürlich auch in Selbsthilfegruppen oder Elterntrainings machen kann, ist es Zeit für Tipps und Tricks in der Begleitung eures Kindes mit ADHS. Und da komme ich jetzt zu einem meiner beiden Lieblingsbücher in der ganzen ADHS-Thematik. Und zwar ist das Komm, das schaffst du von Britta Winter. Britta Winter ist eine Ergotherapeutin, die bereits in Pension ist, aber ich liebe dieses Buch. Es zählt, wie gesagt, zu meinen beiden Top-Favoriten in der ganzen ADHS-Literaturlandschaft. Denn es enthält eben eine Fülle von Alltagstipps und es ist geradezu eine Schatzgrube an Tipps und Tricks für Eltern von Kindern mit ADHS. Außerdem ist es extrem gut strukturiert und in lebendiger, gut verständlicher Sprache geschrieben. Und nachdem Eltern von Kindern mit ADHS ja oft selbst ADHS oder ADS haben, ist das ganz, ganz wichtig. Man fühlt sich dann nicht überfordert. Wenn man dieses Buch liest oder aufschlägt, dann sieht man schon, wie locker die Seiten beschrieben sind. Man sieht, dass es gut strukturiert ist. Man sieht, dass man da schnell durch sein wird. Und man findet sich auch super zurecht. Buch Nummer 4 ist ein weiteres Lieblingsbuch von mir. Und zwar eines, das auf die positiven Eigenschaften von ADHS fokussiert. Es ist von Lara Honos Webb geschrieben und heißt ADHS als Geschenk, wie die Probleme Ihres Kindes zu stärken werden können. Ich habe lange überlegt, dieses Buch der Literaturliste hinzuzufügen, denn einerseits zählt es zu meinen Lieblingsbüchern, andererseits ist die Autorin Medikamenten gegenüber aber nicht wirklich offen und da bekomme ich immer ziemlich Bauchweh dabei. Aber das Buch enthält so viele wunderbare Gedanken zu den positiven Eigenschaften unserer betroffenen Kinder und es enthält eben auch super Tipps und Strategien, wie man diese entdecken und fördern kann, dass ich mich entschlossen habe, diesen Schatz doch mit Euch zu teilen. Ich bitte Euch aber unbedingt, meine Podcast-Episoden 1 bis 4 und 10 bis 12 zum Thema Medikamente vor dem Lesen dieses Buches anzuhören, um hier genügend Wissen zu diesem Thema zu haben, sodass Ihr die Einstellung der Autorin zum Thema Medikamente besser einordnen könnt. Abschließend noch zu den allgemein gehaltenen Büchern ein Buch, das auch wunderbar aufzeigt, wie man Kinder gut begleiten kann. Und zwar ist das von Jesper Juhl das Buch Nein aus Liebe Klare Eltern, starke Kinder. Gerade denjenigen unter Euch, die Probleme haben, ihrem Kind Grenzen zu setzen und Regeln aufzustellen und bei diesen Vereinbarungen auch zu bleiben, rate ich ganz dringend, dieses relativ dünne Büchlein zu lesen. Es ist einfach Gold wert. Es ist zwar nicht ADHS-spezifisch, aber es ist ein ganz, ganz tolles Buch zum liebevollen, aber klaren Setzen von Grenzen und Regeln. Noch ein Wort zum Autor. Jesper Juhl wird in der Fraktion der eingefleischten ADHS-Medikamentenverfechter oft schief angesehen, weil er eben einer ist, der darauf setzt, dass Eltern viel tun müssen, um ihr Kind zu unterstützen. Und so wird das Buch von Leuten, die der Meinung sind, Medikamente müssen immer sein, dahingehend missverstanden, dass sie denken, Jesper Juhl versucht, alles mit Erziehung gerade zu biegen. Das heißt, sie sehen ihn im Umkehrschluss als Medikamentengegner. Das ist aber völliger Unsinn, denn Medikamente einerseits und liebevolle und klare Erziehung andererseits schließen einander nicht aus, sondern sie ergänzen einander im besten Fall. Weil Kinder mit einer mittleren oder stark ausgeprägten ADHS oft erst für erzieherische Maßnahmen zugänglich werden, wenn sie durch Medikamente unterstützt werden. Für mich ist der Autor dieses Buches einer der genialsten Pädagogen des 20. und 21. Jahrhunderts und ich kann euch nur raten, von ihm so viel zu lesen, wie nur geht. Er schreibt mit Herz und Verstand in einer sehr leicht leserlichen Sprache und ihm geht das Wohl der Kinder und überhaupt der Familien über alles. So, und nun zu den Büchern, die sich neben dem Alltag dem zweiten großen Problembereich widmen, in dem Kinder mit ADHS irgendwie zurechtkommen müssen. Und das ist der Bereich der Schule und des Lernens. Zuerst einmal zur Schule, wo man ja immer das Gefühl hat, man kann ohnehin nichts tun. Dort haben ja die Lehrer das Sagen. Aber da kann ich euch Mut machen. Ganz so ist es nämlich nicht. Mit Lehrern kann und sollte man auch versuchen, eine gute Basis zu finden, ein gutes Einvernehmen zu haben. Einfach im Sinne des Kindes zusammenzuarbeiten. Dazu muss man aber wissen, wie man mit Lehrkräften umgehen kann und sollte, um sein Kind auch im schulischen Setting bestmöglich unterstützen zu können. Und da möchte ich euch gleich mal ein Buch empfehlen, das zwar nicht spezifisch auf Familien mit ADHS zugeschnitten ist, das aber sowohl euch als auch den Lehrkräften eurer Kinder helfen kann. Das Buch heißt Classroom Management wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Dieses Buch ist zwar, wie gesagt, nicht ADHS-spezifisch, aber erstens für Lehrkräfte Gold wert, was die gesamte Gestaltung des Klassensettings anbelangt, aber auch vor allem, was den Umgang mit den Schülern anbelangt und hier allen voran den Umgang mit auffälligen Schülern. Das Buch ist aber auch für Eltern überaus wertvoll, da anhand von vielen Fallbeispielen aufgezeigt wird, wie man erstens mal mit einem Kind oder Jugendlichen sprechen beziehungsweise umgehen sollte, um ihn so wertschätzend zu behandeln, dass er auch zugänglich bleibt. Und zweitens ist das Buch auch eine gute Anleitung dafür, wie die Eltern-Lehrer-Beziehung gestaltet werden kann, besonders dann, wenn es um ein auffälliges Kind geht. Vom Anspruch her ist es ausgesprochen angenehm zu lesen, sprachlich ist es lebendig und gut nachvollziehbar gestaltet und es weist auch keine besondere Fachsprache auf. Ihr könnt eurem Kind aber nicht nur damit helfen, dass ihr versucht, die Beziehung zu den Lehrkräften entspannt zu gestalten, sondern auch damit, dass ihr uninformierten Lehrkräften, mit denen ihr ein gutes Einvernehmen habt und die darauf nicht vor den Kopf gestoßen reagieren würden, ein Buch schenkt, und zwar das folgende. Es ist von Niha Geon Schäfers und hat den Titel ADS und ADHS, was Lehrer tun können, Hintergründe und Diagnose. Das Buch ist für Lehrkräfte wirklich hilfreich, da es auf wenigen Seiten gut über ADHS informiert und die Lehrkräfte außerdem jede Menge Tipps bekommen, wie sie mit einem Kind mit diesem Syndrom in der Klasse umgehen sollten. Es ist vor allem als Einstieg für Lehrer, die noch nichts über ADHS oder ADS wissen, sehr gut geeignet. Für Lehrpersonen, die schon recht viel Ahnung vom Thema haben, ist es möglicherweise nicht informativ genug. Und jetzt zu meinem zweiten, absoluten Favoriten unter den ADHS-Büchern. Es heißt Erfolgreich lernen mit ADHS, der praktische Ratgeber für Eltern. Wenn ich ein Buch zu meinen absoluten ADHS-Lieblingsbüchern für Schulisches machen müsste, dann wäre es dieses. Es beleuchtet vor allem die Hausaufgabensituation und die Lernsituation zu Hause. Es ist, wie gesagt, das mit Abstand beste Buch zum Thema ADHS und Schule, das es derzeit gibt. Es ist ausnehmend übersichtlich strukturiert, hat eine sehr klare, einfache, leicht zu lesende Sprache, die einem wirklich ans Herz geht und es ist voll von gut umsetzbaren, wertvollen Tipps für das Thema Schule. Es ist außerdem aufgelockert mit Illustrationen und weist viele Hinweise auf Videos und Lernunterstützungsmaterialien auf, die kostenlos auf der Seite der Autoren zum Download bereitstehen. Und das zweite Buch, das ich euch für die Lern- und Aufgabensituation zu Hause empfehlen möchte, heißt Lernen mit ADHS-Kindern ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten. Schaut doch hier bitte, dass ihr die aktuellste Auflage habt, derzeit ist es die zwölfte erweiterte und aktualisierte Auflage. Es handelt sich dabei um ein fantastisches Buch, wenn man beim Lernen mit seinem Kind speziell in einem Gegenstand Probleme hat. Zuerst wird im Buch erklärt, wie bei Kindern mit ADHS Informationsabspeicherung funktioniert. Dieser Teil, muss ich sagen, ist relativ komplex geschrieben, aber durchaus verständlich. Und in Teil 2 des Buches folgen dann pro Unterrichtsgegenstand Erklärungen, warum Mathematik, Lesen, Schreiben, Sachkunde mit dieser oder jener Methode gelernt und geübt werden soll. Es gibt auch sehr viele gute Beispiele, um die theoretischen Erklärungen gut nachvollziehbar zu machen. Während das Buch Erfolgreich lernen mit ADHS auf Motivation, Selbstorganisation, Selbstwert, wertschätzendes Miteinander im Lernsetting zu Hause abzielt, geht es bei diesem Buch um ganz spezifische Lernmethoden für unterschiedliche Unterrichtsgegenstände. Diese beiden Bücher zählen für mich zu den absolut wichtigsten Büchern zum Thema ADHS und Schule. Also mit diese beiden Bücher meine ich jetzt einerseits das Buch von Born und Oehler Lernen mit ADHS-Kindern und das Buch von Grolimund und Ritzler Erfolgreich lernen mit ADHS. Gut, dann habe ich auch noch drei seriöse Internetseiten für euch, wenn ihr mal genauere Informationen zu einem ganz bestimmten Bereich in der ADS oder ADHS nachlesen wollt oder im Fall der zweitgenannten Internetseite, wenn ihr Selbsthilfegruppen in eurer Nähe sucht. Internetseite Nummer 1 ist ADHS-Pedia. Es ist eine Seite mit dem Schwerpunkt ADHS, die sich ähnlich wie Wikipedia aufbaut, eine Art Enzyklopädie und dort werden Informationen veröffentlicht, die auf wissenschaftlichen Publikationen und anderen zuverlässigen Quellen basieren. Die Internetadresse findet ihr dazu im PDF, das ich schon am Anfang der Folge erwähnt habe. Die zweite Internetseite ist jene von ADHS Deutschland e.V. ADHS Deutschland e.V. ist ein gemeinnütziger Selbsthilfeverein auf Bundes-, Landes- und örtlicher Ebene in Deutschland und auch diese Internetadresse findet ihr im angefügten PDF. Und Empfehlung Nummer 3 ist das zentrale ADHS-Netz. Es handelt sich dabei um ein bundesweites Netzwerk zur Verbesserung der Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit ADHS und ADS. Es richtet sich sowohl an Fachleute als auch an Betroffene und deren Angehörige und Bezugspersonen. Auch diese Adresse findet sich im PDF. Abschließend sage ich euch noch, dass ich euch im Begleit-PDF noch zwei Internetseiten angeführt habe, auf denen ihr nachlesen könnt, welche berühmte Persönlichkeiten ADHS oder ADS haben oder hatten. Hatten jetzt nicht, weil sie geheilt wurden. ADHS kann nicht geheilt werden, sondern weil sie schon verstorben sind. Es ist einfach sehr ermutigend zu sehen, welche wirklich erfolgreichen Menschen alle ADS haben oder hatten. Vor allem unseren Kids, die oft ganz da nieder sind wegen ihrer ADHS, kann man diese Liste mal zeigen. Die werden nämlich nicht schlecht staunen, wenn sie da solche Namen wie Britney Spears, Justin Bieber oder Justin Timberlake finden. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass für euch bei diesen Empfehlungen etwas dabei war. Wenn nicht, könnt ihr mir per Mail schreiben, zu welchem Thema ihr Informationen brauchen würdet. Das könnt ihr gerne unter anna.adhshilfe.net tun. Ich verlinke euch meine E-Mail-Adresse auch in den Shownotes. Und wenn ich in die Shownotes gehen will, das PDF zur Episode mit allen Empfehlungen von heute und noch weiteren wirklich lesenswerten Büchern gibt es, wie gesagt, unter www.adhshilfenet.net slash Literatur. Wir hören uns dann hoffentlich wieder nächsten Donnerstag. Ja, Diamerlake. Untertitelung des ZDF, 2020